Und in dem Buch ist beschrieben, wie man aus diesem Ballon 400 verschiedene Lieblingsziele machen kann. Haha, ich bräuchte jetzt ein freiwilliges Kind. Oh, so viele? Okay, ich mach's ein bisschen schwieriger, es muss ein hässliches Kind sein. Oh. Ne, haben wir ja nicht. Meine sehr verstörten Damen und Herren, liebe Verwachsene, auf meiner rechten Seite steht Lennart. Seine Lieblingsfarbe ist zum Glück gelb und sein Lieblingstier ist ein... Dinosaurier. Lennart, super. Du guckst zu viel RTL 2. Meine sehr verstörenden Damen und Herren, liebe Kinder, ich hab zu Hause ein Buch, in dem Buch ist beschrieben, wie man aus diesem Ballon 400 verschiedene Lieblingstiere machen kann. Ein Elefant. Ein Elefant, cool. Naja, dieses Buch, das hab ich mir letztes Jahr, im November, hab ich mir das auf der Tour... Lennart, wirst du auch eine Ratte nehmen? Super, boah. Aber pass auf, weil es nicht dein erstes Lieblingstier ist und auch nicht dein zweites, Lennart, kriegst du eine ganz besondere Ratte von mir. Pass auf. Einen mit Navigationssystemen. Meine Damen und Herren, das ist Lennart, das ist seine Schiffsratte, Verbeulti, das ist dein Applaus. So, hau ab. Seid ihr alle gut drauf? Ja! Das war jetzt nur die Botskir, was sind mir die ganze Verwachsene. Leute, das ist Sommer, die Sonne scheint, hier ist super Programm heute, da kann euch das doch nur gut gehen. Aber es war sehr spontan, deswegen frag ich doch mal. Seid ihr alle gut drauf? Ja! Soll ich weiter machen? Ja! Kriegen Sie alle ein Geld dafür? Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.